Musik Hi, ich bin Fabian, der neue Praktikant hier im Museum für Gegenwartskunst in Siegen und ich möchte euch heute einfach mal kurz ein neues Exponat in unserer Ausstellung vorstellen. Ihr seht hier das Exponat Lightboxes from a Script von Sebastian Dias Morales und wie der Titel schon vermuten lässt, seht ihr hier einzelne Skizzen eines Filmskriptes. Die Skizzen zeigen dabei einzelne Aspekte des Filmes und spiegeln eine Art Grundstellung des Films wider, wobei der Film jedoch niemals realisiert wird, sondern wirklich nur in Form der hier ausgestellten Zeichnung existiert. Das Kunstwerk ist echt eine große Ausnahme hier in der Ausstellung Fiktionario, denn wie ihr hier seht, bewegt sich hier nichts. Ganz im Gegenteil zu den anderen Video-Installationen, die hier im Museum ausgestellt sind. Also kommt am besten selber vorbei und schaut es euch an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.